meine güte da fährst du jetzt fünfeinhalb stunden durch die wallerei meine güte das kann doch gern gehen beruf immer noch nicht gefunden navi ist auch ausgefallen keine verbindung meine güte hier soll irgendwo der hof sein das scheint nicht so aus mensch worauf habe ich mich da nur wieder eingelassen wir kaufen hoch ja da fährst du hin die bewirtschaftest du denn maschinen und das stehen auch schon alles da kein problem hier kommen wir nicht mal richtung dörflein oder was wir haben gesagt dorf und dann sollst du links rum und die erste dann wieder rechts irgendwie so meine güte man kann nicht angehen die tankstelle rechts haben wir denn gesagt glaube ich war das gott bei der tankstelle oder an der tankstelle hier rechts auch stelle auch noch meine güte guck mal das soll es sein glaube ich ich glaube das hier soll es sein milchviehbetrieb haben sie gesagt ja sieht noch gut aus meine fließe hier kommen auch demnächst haben sie schon gesagt haben sie gesagt haben sie bestellt wir haben hier haben sie haben hier an gott naja maschinen alles klar gut alles keine silage die kür soll ein paar tagen kommen und hier ist keine silage oder was ist hier irgendwie was drinne ja motorrad unten die lade irgendwie sowas rehe haben wir kein stroh kein heu nichts oh gott oh gott da ist auch alles leer heu und stroh wird sowieso ein bisschen aber heu wird schwer ne wänder und schwader habe ich was ich jetzt gesehen habe aber summewerk presse ist auch nicht ne oh gott oh gott oh gott was soll denn das noch werden ja ist ja schön und gut aber ich muss irgendwo ein bisschen heu herkriegen na gut ich denke mal heu ist ja auch stroh erstmal ne guck mal ernte ist eigentlich vorbei felder sind alle runter guck mal an hier ist nichts mehr ne alles runter kein heu äh kein stroh hier meine güte gesagt die felder hinterm hof gehören dir schon mal oder hinterher beziehungsweise näher würde ich mal sagen dies hier ne und dies da hinten vielleicht noch das mal mal einmal gucken das sind hilse ne da krieg ich auch kein stroh raus oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott muss irgendwie an stroh denn kommen ne ach du mein güte du ahnst das net ne du ahnst das net die felder das eine fällt hintern und neben hau neben hoch gehören dir würde ich mal ganz schön das ausgehen und das dahinten so was mit dem hier drüben weiß ich nicht müsste ich mal hier ist aber auch nichts mehr drauf müsste ich mal in die dings gucken in die in die äh ding ins kirchen oh gott oh gott ähm wo krieg ich jetzt hier stroh her das ist ja ja hm toll ist das nicht ne die kühe sollen bald kommen die haben kühe bestellt und dann oh dann hast du nichts hast du nichts das ist ja da habe ich mich ja auch wieder in was eingelassen ne oh gott oh gott oh gott ne ne ja irgendwo mal ein bisschen durch die durchs Dorf fahren oder so vielleicht treffe ich hier irgendwen oder find irgendwo was wo ich hier ähm was her krieg ne wenn wir einmal ein bisschen gucken ob wir hier irgendwo was finden durchs Dörfchen oder so da muss ich mal gucken in der übersicht schlag übersicht oder felder übersicht was mir hier welche wo ich hier was wir wirtschaften tun das aber auch sportliche kolleginnen ne das sieht nicht so aus als wenn wir hier was finden das ist ja halt nur der Dörf hier ne vielleicht vielleicht da vorne vorne sieht das aus wie so ein kleiner Bauernhof wir gucken mal einmal das ist aber echt sportlich hier kollegen das sieht auch ein bisschen aus nach Bauernhof hier ne wir werden einfach mal hier anbremsen ob wir hier hallo guten tag hallo naja das sieht doch nicht so aus ne auch keiner da so wie es aussieht ja ich will hier auch nicht weiter rumschleichen ne ok einsatz mit x das war wohl nix fahren wir mal in die richtung da wo die lang fahren vielleicht finde ich hier irgendwo was vielleicht finden wir hier irgendwo was die haben schon hallo gehen hier aber hier ist irgendwie ne hier ne sieht auch nicht so aus ja gut da sind auf jeden fall schon mal waren landwirte unterwegs vielleicht sollten wir denen mal folgen ne ich brauch mal was zum umdrehen wo kann ich hier am besten drehen keine feld ein fahrt oder so ich müsste den ja ich müsste den mal irgendwie hinterher fahren auch die mir sagen können ob ich hier irgendwo ein bisschen Stroh herkriege wenn wir mal hier die einfahren sind meine Fahrskins sind irgendwie heute nicht so berauschend guck mal da kommen ein bisschen Hexler ne kollegen hast vorfahren ne ja wir fahren nicht mal so ein bisschen hinterher ne damit wir mal gucken können oder damit wir die mal fragen können wo hier wo man was ob man hier Möglichkeit besteht hier irgendwo was wie zu organisieren ach das ist doch schon wieder kommst du hier hin kannst du ah ne wo wohnt denn der liebe kollege hin hier wenn wir dann so ein Hexler überhaupt guck mal der will hier irgendwo rein wir fahren ihn einfach mal hinterher ne nachher Wie gesagt, ich muss mal gucken, vielleicht kann der mir sagen, der oder die, ich denke mal, die wollen hier. Ach, guck mal, da. Guck in Mordor. Guten Tag. Moin. Äh, ich hab mal noch eine Frage. Ich bin hier neu hergekommen. Warum sind sie hier, sie sind bestimmt aus der Gegend hier, ne? Ja, wir sind das ansässige Lohnunternehmen. Oh, das ist ja schon mal ganz gut. Das ist ja schon mal ganz gut, weil... Moin, die Dame. Ja. Weil, wie gesagt, ich bin hier gerade neu hergekommen. Ich hab eine 5-stündige Autofahrt hinter mir. Oha. Ne, ich komm... Brauchst du ein Bull? Ich? Ne. Ich hab... Oder... Ne. So einer bin ich nicht. Bier? Ne, ne, ist zu früh noch. Und zwar... Ich hab hier hinten irgendwo hinterm Dörfchen hier, ne, ne, ähm, 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 Betrieb gekauft. Was heißt, was heißt ich, ich, ich nicht, meine Eltern, ich soll den bewirtschaften. Okay. Und, ähm, ja. Ja, ich krieg in den nächsten Tagen Kühe geliefert schon. Ist ja Milchviehbetrieb. Ja, das hört sich gut an. Und, ähm, mir fällt jetzt aber erst mal Stroh. Heu. Okay. Und, ja, ein bisschen Silage und so. Und jetzt wollte ich erst mal fragen... Silage, ja. Jetzt wollte ich erst mal fragen, äh, weil Erntezeit ist ja auch vorbei und... Ist ja nirgendwo mehr was drauf, ob man hier irgendwo, äh, Möglichkeit ist, äh, Stroh noch nachzukaufen. Ja, da müsstest Stroh nachkaufen, da müssen sie den Händler mal fragen. Ja, der liefert auch, der macht, der tut. Für Stroh ist der Händler zuständig. Aber Silage, könnten wir ins Geschäft kommen. Wir sind hier, wollen jetzt anfangen, Glas verhäckseln. Ja. Heute mal ausprobieren direktes, sonst machen wir mal mit Schwatterplage. Mit Schwader, aber heute probieren wir mal direktes aus, wie die Qualität so ist. Und, ja, wir können liefern zu Ihnen. Ja, das, äh, hätten Sie eine Karte oder irgendwie, wo ich mal so... Ja, Karte gebe ich Ihnen. Das ist kein Problem. Hätte die Nummer, gebe ich Ihnen auch gleich. Ja. Dann können Sie mich kontaktieren, wenn was ist. Ja, meine Jungs so motiviert und meine Mädel auch, ja. Gut, ja. Äh, wo würde ich den Händler denn finden? Den Händler finden Sie bei Feld 9. Unten an der Ecke der Größenwahnsinn mit den ganzen großen wahnsinnigen Ideen. Ach so, okay. Ja, dann mache ich nichts. Aber ich denke, der kommt aus der Schweiz. Der wollte sich hier zur Ruhe setzen in Holland. Aber... Okay. Das Kiffen wird zu zweit, der hat sich ganz schön verschuldet. Okay. Ja gut, dann werde ich mich mal da einmal hinbegeben. Und da mal ja, soll ich das dann gleich liefern, oder? Ich werde mich dann nochmal melden. Ich muss den Hof so nochmal ein bisschen inspektieren und was ich so für Möglichkeiten habe. Ich weiß mit den Feldern auch noch nicht. Ich habe zwar eine Schlachtdatei gekriegt, wo welches Feld mir gehört, aber da habe ich noch nicht reingeguckt. Da muss ich erst mal gucken. Okay, wir fangen jetzt an für die Biogas zu produzieren und wenn was ist, melden Sie sich. Ich melde mich dann. Alles klar. Nur mal haben Sie eine Karte auch. Okay. Und wenn Sie ein Ding mit unser Schatten, das Team wollen, gar kein Problem. Ja, nicht unbedingt noch nicht. Alles klar. Der steht auf dem. Okay. Händler soll unten irgendwo sein. Ich bin von hier bin ich gerade noch gehalten gekommen. Gut. Ja, da werde ich mich mal auf versuchen nach einem Händler machen. Händler ist hier. Gut, das ist schon mal gut zu wissen. Na ja, gut. Dann werde ich mich mal auf dem Weg machen. Und mal schauen, ob ich ihn finde.